...hellen Punkt auf der Leinwand. Das ist ein Smartphone in Originalgröße. Ziemlich winzig, nicht? Unglaublich, dass sich manche Leute darauf Blockbuster anschauen. Vielleicht schaust du ja aber auch auf deinem Laptop, deinem Fernseher oder sogar eine Hype-Kino-Leinwand. Heute hast du dich allerdings entschieden, ins Kino zu gehen. Den Ort, über den Filme gemacht sind. Und du schaust die Filme nicht drauf für irgendeine Leinwand. Nein, du schaust die nicht auf der größten Leinwand der Welt. Diese Leinwand ist 38 Meter weit und 22 Meter hoch. Für diese Größe müsstest du gar nicht auf dem Smartphone spüren. Die Fläche ist zu groß, dass der größte Ego-Arte-Tal hier noch passen wird. Eine große Leinwand für große Emotionen. Viel Spaß beim Film. Für die Städte von Ballast. Lieben Berg.